Am Mittwoch fiel in Traunstein der Startschuss zur 33. Bayern-Rundfahrt. Mit von der Partie ist auch Radprofi Björn Thurau. Was er sich von der Rundfahrt verspricht. Ja, ein gutes Rennen erstmal, dass ich hier eine gute Leistung zeigen kann und auch mein Team so gut wie möglich unterstützen kann. Für Thurau ist die Bayern-Rundfahrt mehr als nur eine Vorbereitungsstrecke. Ich habe im Moment eine gute Form und dass ich denke, dass ich zumindest, wenn es schwer wird, ein Stück mitreden kann. Auch für die Stadt Traunstein ist die Bayern-Rundfahrt eine Riesenbereicherung. Wir als Herz des Chiemgaus in Traunstein, einer radfahrbegeisterten Region, auch einer touristischen Radfahrerregion, sind natürlich enorm stolz, dass wir als Startort der Bayern-Rundfahrt des einzig noch verbliebenen deutschen Profi-Etappenrad-Rennens ausgewählt wurden. Für uns ist es eine tolle Möglichkeit, uns zu präsentieren, die ganze Region zu präsentieren, unseren Chiemgaus interessant zu machen für alle Radfahrttouristen, aber auch Profis, die sich in der Region umschauen wollen.